Ein COM-Vorstand, Kevin Flynn, ist verschwunden. Er wurde zuletzt in seinem Haus gesehen mit seinem Sohn Sam. Sam, ich wurde letzte Nacht angepiept. Es kam aus dem Büro deines Vaters in der Spielhalle. Seit 20 Jahren ist dieser Anschluss abgeschaltet. Das gibt's doch nicht. Was mich am Tron begeistert, ist, dass hier ein modernes Märchen erschaffen wurde. Und wie wir alle wissen, helfen uns Märchen-Herausforderungen in unserem eigenen Leben zu meistern. Was soll ich tun? Überleben. Ich spiele Sam Flynn. Jeff spielt meinen Vater und ich werde in dieses aufregende Abenteuer geworfen. Wer bist du? Jeff Bridges spielt sowohl Kevin Flynn als auch sein eigenes digitales Abbild Clue in seinen 20ern. Ich bin nicht dein Vater, Sam. Aber ich freue mich unvorstellbar, dich zu sehen. Es gibt Discos-Kämpfe. Diese Dinger fliegen so schnell, dass sie jemanden umbringen könnten. Die Discos sind oft tödlich. Der Film hält einige ziemlich coole Tricks parat. Wir sind sehr froh, einige spektakuläre Fahrzeuge präsentieren zu können, denn sie sind unglaublich wichtig für einen Film wie diesen. Ich wusste sofort, dass wir alles in die Waagschale werfen mussten. Es gibt da zum Beispiel den sogenannten Lichtrenner, das modernste organische Motorrad, das uns eingefallen ist. Das wird die Leute umhauen. Ich kann es kaum erwarten, diesen Film im Kino zu erleben. Das ist ein Film im Kino zu erleben.